Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video stelle ich dir Königin und Samurai, Wennfrau und Mann erwachen von Veit Lindau und Andrea Lindau vor. Ich möchte dir vorstellen, was dieser Online-Kurs beinhaltet und ob sich die Anschaffung für dich lohnt oder nicht. Du findest den Link zu diesem Kurs in der Videobeschreibung. Und fangen wir einfach mal direkt an. Wenn du dich eingeloggt hast, entweder über Human Trust den Kurs dazugeholt hast, beziehungsweise ihn einzeln gekauft hast, dann logst du dich ein und dann kommst du hier auf diese Startseite. Es gibt hier insgesamt zwölf Lektionen. Zudem gibt es noch einen Meditationen-Bonus-Bereich. Und ja, wir gehen uns einfach mal Stück für Stück durch, damit du einfach mal gesehen hast, was dich hier erwartet. Mal ganz kurz zusammengefasst, was ist dieser Kurs überhaupt? Ich würde das Ganze so zusammenfassen, dass dieser Kurs für die Menschen ist, die ihre Kraft und Mission finden wollen, unabhängig von der eigenen sexuellen Orientierung und dabei stehen im Fokus hierbei die eigene Entwicklung und Selbstbestimmung als Mann und Frau. Es geht einfach darum, dass du mit mehr Respekt auf die gegenüberliegende Seite zugehst. Und hier findest du die Live-Termine, die wöchentlich stattfinden, beziehungsweise du bekommst hier auch die Lektionen gleich parat hier rechts. Und ja, wie gesagt, wir gehen uns einfach mal durch. Wir gehen in die erste Lektion und dann siehst du hier, es geht um die Gegenwärtigkeit. Du kannst das Ganze dann herunterladen als Download, als Audio und auch die Präsentation kannst du herunterladen. Es sind hier Themen wie der Logos, Eros, es geht hier um die Co-Kreation, Innen und Außen und vieles mehr. Ich kann ja leider nicht den kompletten Inhalt vorne wegnehmen. Und dann gehen wir einfach mal direkt über in die zweite Lektion. Dies ist auch sehr interessant. Es geht um Nichtwissen und Schönheit. Es geht hier auch wieder um den Logos. Es geht um die Projektion auf die Welt. Es geht um die Realität und deine Realität. Es geht um den Eros, um die Schönheit. Er geht auf die Fragen ein, wie zum Beispiel, liebst du deinen Körper? Empfindest du ihn als schön? Und wir gehen mal über in die dritte Lektion. Die Achillesferse, deine Evolution. Hier geht es dann um die Themen wie das Selbst, um dein Ego. Es wird wieder darauf eingegangen über Animus und Anima. Auch hier kann ich dir natürlich nicht alles verraten. Aber hier weiter unten findest du dann auch die Meditationen, die Schattenarbeit, die du dann wieder runterladen kannst. Dann gehen wir direkt über in das Nächste. Also ich schlag mal vor, ich tue mal noch zwei Lektionen zeigen, sodass du es einfach mal gesehen hast. Und hier in der vierten Lektion geht es dann um die Kraft deiner Wurzeln. Auch da findest du dann auch hier unten wieder Meditationen, beziehungsweise auch einen Filmtipp. Hier sind dann Themen wie die kollektive Prägungen, Rollenmuster, Überzeugungen, Emotionen. Es geht unter anderem um den Pygmalion-Effekt. Den fand ich sehr interessant. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Auch sehr interessant, wir gehen über noch in das Letzte, was ich dir jetzt einfach mal zeige. Hier geht es darum, das Mysterium und der Auftrag des Lebens. Hier unten findest du wieder die Meditationen und ein paar Vorträge, aber auch einen Filmtipps findest du hier. Auch das Buch kannst du hier bestellen, wenn du möchtest. Und ja, so viel kann ich dir mal zeigen. Ich denke, das dürfte keine Probleme geben. Dann gibt es noch einen Bonusbereich. Hier findest du dann alle Meditationen zum Kurs. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, mal wieder ein vernünftiger Kurs von Veit Lindau. Und Andrea Lindau ist es sehr gut aufbereitet. Es ist sehr strukturiert. Und wie auch immer, du brauchst Zeit, um mit diesem Kurs Erfolge zu erzielen, beziehungsweise auch, um das alles zu verstehen. Es geht sehr in die Tiefe. Es ist kein 0,15-Kurs zum Thema Liebe, sondern es geht wirklich mal weit weg von den ganzen gesellschaftlichen Konditionen. Da findest du hier wirklich die Antwort, worauf es wirklich ankommt. Und ich kann dir ein Tipp geben, zieh es einfach mal 14 Tage durch, wenn es dich interessiert. Der Kurs kostet aktuell, glaube ich, 96 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, du erfährst wirklich, was sozusagen der Mythos der Liebe ist. Es geht um die 12 essentiellen Elemente für das Abblühen deiner heiligen Liebesbeziehung, so wird es hier genannt. Wege, wie eben beide Geschlechter aufwachen und in die Kraft wiederkommen. Und vieles mehr. Also es ist mehr als nur ein Kurs, wenn du mich fragst. Und dementsprechend kann ich es empfehlen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir weitergeholfen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie einfach in die Kommentare. Klick den Link in der Videobeschreibung, um zum Kurs zu kommen, wenn er dir gefällt. Und vielen Dank fürs Zuschauen.